willkommen zu der 2 Black Ops 2 Multimodus mit Patrick ich bin wieder da, ist der Ruf mal ruiniert, lebt es, ist ganz ungeniert, hallo Leute lustig ich sag ne 6er KD, das ist lustig, du hast das blöde, ne nette 1,78er KD ne ich hab immer meine Fresse, weil ich hab kacken das wäre ziemlich lustig, ja das wäre so ganz lustig nicht irgendwie so, sondern so ziemlich ganz lustig das wäre so ziemlich ganz lustig da jetzt legt er sich hin, witzig, verarschen na na, herzlich willkommen zu Let's Play Black Ops 2 mit Marvinsky What the fuck lol, der lässt mich, der lässt den links liegen und geht dann auf mich geh mir doch von den Eiern, Junge, das ist doch richtig homo homo lol, der idiot so nett war so nett war lol, der hat der echt C4, der hat mich echt gesehen, ey, fick dich einfach nur, Junge, fick dich fuck you fuck you or your little asses, fuck you or make me sick Hautrek, du bist gestorben nee doch, du bist einfach gestorben ich nicht nee doch, du hast einen Def nee, ich hab keinen Def doch nee, fick dich, hab ich nicht seh ich nicht ein, du hast einen Def nee, hab ich nicht guck mal guck mal nach, du Spaß du hast du's mir nicht glaubt mein Bein hier ah, Leute, ich hab einen anderen Namen gesehen jetzt hab ich einen Def ich hab einen anderen Namen gesehen jetzt hab ich einen Def jetzt hab ich einen Def der ist da voll drauf reingefallen gut gut du weißt, dass ich glaubst die KB ist sollen wir uns mal hier oben rein campen nee jetzt hab ich grad den russian weiß ich grad gute KB ist deswegen bin ich mein eigener Feind wenns gerade läuft, dann darf man es nicht ändern ahh NEEIN dallach ich am nachladen FCK DICH wo kommt denn genau dann won circuits ach nee hat gekämpft ganz NICE ach FCK DICH DICH DO du du Oh, der Schmeim. Machen wir meine KD kaputt, Mama. Ah, von hinten ist er. Lol. Da war ich so schnell mit meinem Bubba. Fuck. Ich hab mich gesehen, ey. Oh, Verbindung unterbrochen? Bei dir auch? Nein! Boah, guckt ihn euch an. Oh mein Gott. Ich versteh dich ganz schlecht. Soll ich das denn mal stehen? Komm, Janjone, wirft mich jetzt nicht raus. Wirft mich jetzt nicht raus. Ja, ich... Verbindung zum Haus, den er braucht. Guck mal. Bei dir auch? Äh, nein. Nee, oder? Nein. Na los, na los! Schafschütze erledigt! Schafschütze runter! Na, Lauren Party verlassen. Ich werde nochmal einsteigen. Ach, fuck, ey. Ach, fuck, ey. Der war... Das ist alles okay. Ich spreche. Ich bin... Ich bin... Ich weiß, dass es kurz DKP ist. Das hätte ich dir vorher auch sagen können. Ach, man. Na los, na los! Warte nicht länger tief. Wurde ich von den Servern getrennt? Ach, das ist doch scheiße. Dann kommt doch wieder einer mir entgegen. Das ist doch echt unnötig. Das ist richtig unnötig. Unnötig! Servus vorher! So, sieht das aus. Ja, wo war das denn? Boah! Alter, der eine kennt da auch nur rum, ey. Die sind auch richtig homo, sind die. Die können gar nix. Ich wollte kurz hoch. Verloren. Oh, Tch-Tchenke weiß, dass dieses Goldsticker ist. So, ist hier zum Schluss. Da liegt noch, Alter. Da liegt der da. Boah, wie kleine Eier muss man eigentlich haben? Leute, das kann nicht sein. Das geht nicht. Der war... Äh, ne. Das, ne. Mann. Der will mich grad echt... Der Typ, ey, der will mich echt verarschen. Der will mich totenernstes verarschen. Boah, ich hab so gut gespielt eigentlich. Eigentlich. Ja. Und eigentlich würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Boah. Boah.